Da ist er schon, hallo Novi. Hallo, grüß euch. Guten Abend. Jo, grüß ich bin auf Weg zu euch, also ich habe noch 180 Meilen. Dann können wir noch warten, das dauert ja nicht so lange, ist ja nicht schlimm. So, mein Sound geht wieder, ich habe einfach den LKW verkauft, einen neuen gekauft und dann ging er wieder. Ja, so wie Josh gemacht hatte, ne? Uli, ah, grosso. Alter, was machst du denn hier? Willst du gerade den Fakten rein mit mir machen, oder was? Digga. Junge. Ich fang mal ein bisschen langsamer. Ach so, überwohnen kannst. Ah, ich schau, Gott. Er ist fährt er ganz langsam und dann fährt er mir voll, ich werde verklagt. Was fährst du für eine, Christian? Was ist das für einer? Peter, 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 oder so, ne? Ne, Kennwort. Kennwort? Den W900, ja. Mhm. Jo, den habe ich auch. Super, Ghost hat den noch gerade gewechselt, den fahren wir den schon mal zu dritt. Den habe ich auch. Jetzt muss ich nur noch eure Lackierung machen, mein Trailer ein bisschen kleiner und dann kann es losgehen. Genau. Jetzt braucht bloß noch Jens noch schön lecken. Kommt, kommt, kommt. Kommt. Kommt noch, ja. 146 Meilen. Lass mich doch erst mal ein bisschen Geld verdienen. Ist klar? Bank hat doch genug, musstest du nur holen. Bank hat doch genug, musstest du nur holen. Was ist los? Oh yeah, Convoy Musik. Das passt sehr gut jetzt. Ich mache auch wieder so lange, bis er mich erwischt. So. Ja, ich muss doch das für nicht anlassen. Das ist doch geil. Hast du irgendwas? Ne? Okay. Okay, Schatz. Fahrt ihr eigene Trailer? Äh, ne. Oh, Jens. Äh, jetzt. Jens hat jetzt auch den Kennwort geholt. Jetzt haben wir den doch alle. Mit der selben Lackierung. Ja. Ja. Warte, warte, warte. Ich komme, ich komme. Ihr habt alle diesen Ami-Typen da drauf, ne? Ja. Ja, genau. Hm. Diesen, diesen Präsidenten oder was das sein soll hier. Ja, ja. Den Alten. Wow. Wow. Hm? Warte, ja. Den habt ihr gemeint, oder wie? Genau. Hast du den eben gerade gekauft, schnell? Ja. Na gut, hier, wo wir stehen, ist er der Kennwort-Händler. Hast du ja Glück gehabt, wa? Ja. Na, weil er ist die beiden weggegeben und den geholt. Ah. Weil sonst hätte ich den nicht kaufen können. Ach so, hast du deinen Alten verkauft. Hm. Aha. Warum? Weil du dabei bist. Du bist nervös. Ich komm zur Werkstatt, ich will auch noch umbauen. Oh, wir stehen an der Tankstelle hier hinten. 75 Mal noch mit zwei Hänger hinten dran, die leer sind. Ganz toll. Aber ich glaub, ich bin der einzigste, der nicht zwei Parkplätze benutzt, ne? Ghost und Jens? Was denn? Ich seh, dass ihr nicht richtig in eure... Gut, bei dir, du kannst nicht so weit stehen wie ich, weil hinter dir steht die scheiß Lateine. Ja. Genau. Da kann man mal ein Stück vorfallen und sieht halt auch besser aus. Denn da kann ich auch vernünftig einparken. Warte. So. Sieht's noch besser aus, wenn alle vernünftig stehen. 400.000 Dollar hab ich jetzt auch schon zusammen. Läuft, läuft. Ach, ihr habt die viereckigen Dinger drauf. Na gut, ich hab die Runden genommen. Was für ne vier? Na, die viereckigen Lichter. Ach so, ja, die größeren, ja. Ne, Ghost hat den Wechsel, seh ich gerade. Ja, der hat zwei, 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 drei und dann... So, der Novi hier noch... Ah ne, Novi hat ja nen Trailer dran. Jaja, der wird dann abgemacht. Ach so. Du weißt gar nicht wieviel Pär ist da wie den jetzt? Wenn du maximale hast du 600 von... Bei dem. Ach ja, stimmt. Und der Volvo hat bloß 600, ne? Ja, der hat... Ja, 25. 680 von kennen wort den den kappen meine lackierung der hat auch 600 bloß aber ich verliebe den schon alleine weil der auch so einen kernigen sound hat von standard schon schon cool warte mal ein stück musik noch vor dann stehen wir alle gleich meine handbremse ist fest ich auch will ja ich haben so die luftschläche cloud war das immer mehr hat und das gott geschrieben amiradie geschrieben dass sie heute nicht mehr kommt aber hast du noch nicht gelesen dass sie hat sie mir geschrieben in den discord ja weil wenn ich jetzt raus geht dann aufnahme abgebrochen ah echt aber egal